Die Goldwing von Honda kommt 2018 optisch in einem vollkommen neuen Outfit daher. Stärker konturiert, optisch filigraner und windtechnisch effizienter, weil strömungsgünstiger. Eine komplett neue Vorderradführung mit doppelten Dreieckslenkern wie aus dem Sportwagenbau. Entkoppelt den Lenker von den einfehlenden Massen und verändert den Einfederweg des Vorderrads, sodass der Motor noch schwerpunktgünstiger weiter vorn platziert werden konnte. In Verbindung mit dem eingesparten Gewicht kam damit einst der, wenn nicht sogar die am leichtesten zu handelnde Reisejagd der Welt heraus. Das Bewegen in der Garage übernimmt in beide Richtungen die elektrische Rangierhilfe. Weitere neue technische Highlights sind der riesige TFT-Bildschirm, der eine nicht bekannte Ablesbarkeit im Motorradmarkt für alle Displayfunktionen sowie auch das Navi bietet. Im Topmodell der Goldwing wird auch wieder der Airbag und sogar ein DSG-Getriebe mit einer siebenstufigen Ausführung angeboten. Ein entsprechender Fahrtest mit diesen Features wird nachgereicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017